Und mal eine Runde Kuba Club. Zwei Uhr Einsatz natürlich. Und heute wollen wir doch mal sehen. Nehmen wir mal den Kaspar. Oh, drei. Und Freispiele Nr. 10. Mehr gibt es nicht, schade. Und wir schauen mal, was die Flamme so von sich gibt, los gehts. Oh, das macht Feuer an. Hey, da ist er. Ein paar Kirschen dazu, 30. 30. Liste. Noen Garnix. Oh, das ist jetzt mein zweiter hinterher. Auch nicht. Oh, das ist jetzt mein zweiter hinterher. Okay, dann haben wir bei ihr. Gut, Spielwechsel und meine 100 Centauros, 2,20 Euro, los geht's. Musik 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 Mal schauen, was sie zu uns bringen. Oh, mach voll die 10. 64, für das erste Fallspiel nicht schlecht. Da darf es gerne mehr geben. Ein Action Game. Na, belästert dabei? Ja, macht er. 82 Euro und ein zartes kleines Action Game. Zumindest klautert nicht. Ist ja wenigstens was. Und wir probieren uns mal wieder hier Magic Tree. Und wir probieren uns mal wieder. Und wir probieren uns mal wieder. Das klingelt schon mal. Nummer 10. Kommt mal einer. Oh, was macht er uns hier raus. Wo? Ja man, wie geil! Los, die letzten noch! Nichts, aber trotzdem Megawind! Geil! Alter, heftig! Volle Packung, joa! Übel! Ohohohohohohohh… Vierhundert Fünfhundert Sechshundert Der kriegt sich auch nicht mehr gehen... Alter Schwede Richtig geil Sechsund Judy Mega, guckente Heftig, naja, einmal auszahlen. Dann rödeln wir heute mal hier eine Runde. Gerne mal ein paar Freispiele. Und, schade, zwei reichen nicht. 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 Oh, das ist ja auch vollen, ja. Kommt ja mal wieder her an der Spellrunde hier. Sind wir unten angekommen, haben wir nichts. So, dann gibt es mal hier 10 Freispiele, 2 Euro Einsatz. Oh, das ist eine Verlängerung, kommt schon. Oh, schade, zarte 30. Und heute schauen wir mal jede Runde rein. Okay. 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 Das war's. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Und noch eben die Mops, nein, ganz prächtig. Oh, shit. 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 Äppel, krass grüne Äppel. Dann sind es 90 Euro und 80 Cent. Dann gibt es hier mal 10 Freispiele. Dann sind wir mit dem Karten. Dann sind wir mit dem Karten. Dann sind wir mit dem Karten. Das ist ja jetzt mal voll hier Die Nummer 10, letzte Chance Schade Und wir schauen mal hier rein Die Nummer 10, letzte Chance Die Nummer 10, letzte Chance Die Nummer 10, letzte Chance Und mal her damit Sehr schön Einmal auszahlen Dann gibt es hier mal eine Runde Flamenco Rose 2 Euro Einsatz Oh, ein paar mehr dürfen wohl Dann muss ich noch kommen